Aufstellt Christoph Weinholz, Sportbund Versbach. Die Mannschaft ist in der vergangenen Saison von der Oberliga in der Regionalliga aufgestiegen. Spielt gegen Evgeny Chetinin. Wenn ihr vom Training her ein bisschen kennt, den Chetinin wohnt hier in Würzburg-Sandbrau. Trainiert am Sportbund Versbach. Aber ist halt einfach eine deutliche Nummer zu groß für Weinholz. So. Eins. So wenig Ball gefällt. Schwer. Töne. Fünf. Eins. Töne. Eins. Töne. Töne. Sechs. Eins. Töne. Eins. Töne. Töne. Eins ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.